Hallo Leute, Daniel ist bei Gold 4 angekommen auf 0 Punkten und ich dachte mir, nee, das kann nicht sein, dass ich Gold 5 bin und er Gold 4. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Nuno Dunger gepickt und werde ihm das Game so hart versauen, mit 0,78, dass er direkt wieder runterfällt. Am besten in Silber 1 wieder zurück. Mit meiner Hidden Elo kann ich jetzt glaube ich mit einem Lose nicht fallen. Werden wir sehen. Ich habe bisher Nuno nur als Support gespielt und früher mal als Jungler, aber so schwer kann das nicht sein. Wir sind auf jeden Fall ready to get trolled. Der Trash möchte Werbung für seinen Kanal machen in unseren Videos. Scheinbar. Nein, er darf später gerne unter unser Video kommentieren. Genau. Dann sagen, hey, ich war der Trash, guck mal hier. Hey, ein View mehr. So, Pseudo-Hit. Jo, danke, hat geholfen. Ich weiß. Danke. Na, fall schon um jetzt. Die haben beim Red angefangen, Phil. Okay. Ich weiß, was sie gesagt haben. Weiß ich von einem Creep? Ja. Ich schicke jetzt auf meinen schönen Spooky Mystery Meat Buff. Wir haben uns übrigens nicht verschoben, deswegen muss ich uns jetzt nochmal kurz verschieben. Ja. Wer auch mal gerade gekommen ist, tut uns leid. Buddy left your channel. You were moved. Und, wer war's? Äh, es war Jester. Oh. So, wo bin ich jetzt hier gerade? Schnapp. Ah, das ist so geil hier, ey. Mit Nunu. So, so ein easy Jungle. Und so ein not easy Bot Lane. Better help them, but can't. Dann hilf lieber Top. Ach, Irea ist hier unten? Hä, Irea blass? Achso. Ja, deswegen time to get trolled. Okay, ja, ich warte jetzt eigentlich darauf, dass der Esprit vielleicht wiederkommt. Mach ich in der Zeit die Golems nochmal hinter dir. Kommst du weg? Ja. So, hoffen wir mal, dass der jetzt da ist. Der Ätze real. Und go! Oh, der Grab hätte treffen müssen. What? Das wollte ich nicht. Schade, schade, schade. Aber auch nicht schlecht, immer von Blizzcrank. Dann mach ich geistern, dann komm ich mal in die Mitte. Okay. Ey. Und gut, bisher. So, hat der Wards irgendwo? Sieht schon danach aus, gerade. Ja, sieht stark danach aus. Drive by. Da ist Rammus. Du hast auch schon mitbekommen, dass hier Party ist. Da kann ich nicht viel ganken. Bisschen problematisch. Ja, aber der ist wieder abgehauen, Mann. Und so schnell wie der hier ist, komme ich nicht weg. Wir brauchen dringend Level 6. Okay, ich lasse es. Nein. Aber er hat jetzt wenigstens die Vayne noch mal platt gemacht. Try as Ward it. Was hast du gedacht? Ich halte die Lane hier, ne? Ja, danke. Und Mitte ist missing. Was macht denn der Asu eigentlich nach Frontline? Oh, den sollten sie kriegen schon mal. Ja, weiter rein, brauche ich nicht gehen. Die haben mich durch den Ward gesehen. Müssen wir den nicht eigentlich ziemlich hart hinein können? Eigentlich schon, ja. Aber ich weiß auch wirklich nicht, was da passiert ist gerade. Schon wieder. Und Litsi wird jetzt weggehen, denke ich mal. Falls nicht, ist er tot. Schade. Kann man falsch im Moment wieder. Aber er hat mir so eine Lane-Dominanz. Das ist half cool, dein Item sollte das Beste sein auf ihm, oder? Für den Jungle. Ja. Hat er immer noch Wards? Geh ich von aus, ja. Ja, der kommt top. Oh, der geht top. Ne, der geht dahin. Ich komme. Ich komme zu spät. Komm, hin, gegen, komm, hin, gegen. Da kommt noch was anderem. Jo. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch mal gehen. Wie lange bin ich denn hier jetzt erzählt? Oh, der überlebt jetzt nicht echt, oder? Und du bist auch noch tot. Ja. Wo er weggeflasht ist. Maa... Nicht gut. Ne, absolut nicht. Und jetzt ist er da oben. Die Vayne ist mega low. Blu hol ich dir gleich, ne? Ich will kurz gucken, ob ich da... Obwohl, Blu holen wir dir jetzt. Kommst direkt hin, weil ich mach Smite und Q. Ja. Hat er schon geklaut. Okay. Ja, der ist, nachdem er uns beide gekillt hat, zum Blu gegangen. Ne, ich glaube, der war vorher da. Deswegen war Xerov auch da. Aber da hatten sie noch nicht fertig. Ich glaube schon. Deswegen hat Ramess ihn. Ups, das wollte ich gar nicht. Dein Red war wenigstens nimmer hin. Schön. Schön. So, mein Red war da schon mal verloren. Vielleicht kann ich sogar da oben noch helfen. Ne, kann ich nicht. Fuck. Ich hab meine Ulti ab. Ich hab hier kein Mana mehr. Ich hab ein Bot. Outhits? Ja, ja. Ich heiße sogar low. Für dich. Schön. Danke, dass du mich auch noch aus dem Dings raus hast. Das war wenigstens mal ein Lichtblick. Aber wir werden ja unten echt Probleme haben. Kann ich verstehen. Ah, endlich. Kommt, weißt du, wir düsen los. Wo ist die low, die Reha? Müßte ich ja nur einmal ausfällig auf meine Ulti draufdrücken. Weil die Reha ist so low, die können uns gerade nicht mal am Drag aufhalten. Da ist kein Wad. Ja, Blu von denen ist weg. Und dann ist das bei dir. Ich weiß, was sie desiren. Das war genau wie er bei dir jetzt gepinkt hat. Ja. Warum kommst du mit Xerath? Ja, nur kurz noch einen neuen Red Buff holen. Okay. Wie oft haben wir jetzt gepinkt? Keine Ahnung, häufig. Ich gehe von unten an Xerath dran. Kriegst du ihn getauntet? Nee, ne? Nee. Ich gehe mal ran. Schade, war knapp. Ach, at least. War nicht seine beste Idee. Nee. Aber der Rames ist auch überall, ne? Ja, klar. Der ist halt momentan viel schneller als ich. Ich war in Mobility Boots noch dazu. Ja. Jetzt mein Blue ist da, ne? Mhm. Oh Mann. Nur zwei Kills hinten. Einen Kill, scheinbar. Leidst dann ziehen. Einen Kill. Hier ist er. Ich kann es ganz alleine machen. Boah, danke. Das war aber nett. Kein Problem. Kriegst du auch noch? Ich habe gerade von Rames einbekommen. Nee, von Xerath. Ah, okay. Da ist er ja wieder, Xerath. Wollen wir doch direkt nochmal drangehen? Ich habe noch Double buff. Aber er ist so ein 30 Ulti, ne? Ist egal. Ich habe auch noch meinen Elder Lizard Buff. Also den Q-Buff. Let's go! Okay, sein Flash ist auch raus. Hey, Rames! Oh, das sind viele. Ja. Komm her! Nein! Stirb! Nein! Hätte ich jetzt mal den Q-Buff noch gehabt vom Elder Lizard. Ah, es ist der Blizzkrank, der Kam hat uns jetzt ein bisschen alles versaut. Ja. Ja, wir hätten auf meine Ulti warten sollen, weil sonst bin ich Xeraths Ulti schutzlos ausgeliefert. Hm. Ich hole ihn am besten an Items jetzt. Ja. Nee, da kommt es nicht mehr raus. Nee. Vor allem kriegen wir auch keine Tower-Agrunde. Ja. Mann. Mann. Ja, wir haben jetzt in der Mitte. Ja, wir haben jetzt in der Mitte. Miese. Jax, sie ist geslowt. Jax, sie ist geslowt. Ich geh jetzt halt Bot-Line. Wow, da ist der Remis! Das ist natürlich schneller als ich. Fuck dir dein Life an, man. Hol' ihn dir. Ich kann, wir haben 3 Käse und Drack kriegen wir jetzt auch noch. Oh, der kriegt die auch noch. Nice! Oh nein! Nein, 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 nein! Komm doch hier hin! Oh nein, 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 nein! Mach's eben so. Und der Blue von denen ist da. Oh! Den mach ich mir gleich. Du hast ja eh den Frischen, oder? Wir haben beide den Frischen. Wirst du eben mitkommen? Kann ich machen, ja. Würde ich ihn schon gerne wegnehmen. Ja. Ich hab ihn gesmildert. Ich wollte gerade Q machen. Schade. Ich hab's nix mehr zu machen, aber der Jack sollte eigentlich nix der Raddown kriegen. Boah, Nasty Vane! Ich bin... ...just in time. Mhm. Aber so just in time, ey. Aber so just in time, ey. Nimm mir mal ein gutes Item jetzt. Vielleicht bauen soll ich das Ege spawnen. Ähm... Frag den Flash mal. Enttäuschen. Unser Blue wäre da. Wir müssen aber auch nur dreißen, das ist mäßig. Ja, nur, ne? Äh, vier meine ich. Da ist Xeratol auf Position. Ja, geht, ne? Na, der stand gerade viel weiter vorne noch. Ist genau in die Moment zurückgegangen dann. Minion, bitte geh zurück. Trash, 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 trash. Achso, du bist auch da. Schön. Dive. Sollen mich taunen. Nice. Guten Job. Sollen mich. ULTI war vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel, aber ich hab dann nicht gesehen, dass du noch so nah hinter mir bist. Ein bisschen abknussbar hier. Sollen noch ein Red Buff hat? Nein. Sollen nämlich auch. Drei Leute in der Mitte. Und sie haben einen Ward hier drinnen. Bitarre. Bitarre. Ich hab dann nicht gesehen, dass du so low bist. Das war alles von mir geplant Bis hierhin Ja, sorry man Hätte ich da gesehen Was da passiert Ja, damit hätte ich locker überlebt Ja, ich weiß, sorry Aber dann hätten die uns nicht geliebt Ja, stimmt Jax hat ordentlich Futter Und ich bin oben Ja DAL LOL Nice Ich krieg den Kill sogar noch mit dem Last-Hit Ähm, mit dem Last-Hit Mit dem Auto-Hit Ja, dieses Auto-Hit machst du gut Vorhin gemerkt Was der Sand ... Der Scherz Nee, ist er Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Scherz Ja, ich bin nicht Ich bin nicht Gut, dass ich mir ein paar Bücher rausgekauft habe gerade. Leg schon mal seinen raus. Hast du noch einen? Der hat noch einen, fuck! Ist er da? Ja. Ich verscheuch dir so lange mal. Oh, gut. Vayne, komm her! Serat, komm her! Irgendwas kommt her! Muss kurz fressen gehen. Damit sollte er ihn locker kriegen. Ich mach nen Blue-Buff. Ja, ja. Wenn ich ein bisschen Help hier kriege. Okay, ich brauch Hilfe. Ich bin oben. Gleich. Ja. Kann mich dafür auch nochmal abbeißen lassen, dann krieg ich nen neuen Golem-Buff. Ja. Der macht nur C600, ja. Ja. Ich hatte leider keine Ulti. Das ist halt perfekte Stelle für mich gewesen zum Ulten, aber... War kein Gegner da. Bzw. war kein Cooldander. Ja. War ja klarisch, ne? Ja, bitte. 3500 Leben, dabei kann ich leben. Leben, leben. Darf ich mir unseren Blue nehmen? Ja. Ich hab ja einen Fischen. Wir sind drei Kills vorne. Mhm. Komm mal her, Blue-Buff. Ich hab den Ward gesehen, du Spasti. Komm. Ja, aber den Blue holte ich mir vorher noch. Nichts! Süß! Meine Ulti ist raus, ne? Und jetzt Ults! Asriel, ey! Das ist doch nur scheiße, dieses Spiel. Ich habe gedacht, der läuft unten lang und nicht auf mein Parafinding geachtet habe. Scheiße. Gibt keinen Schaden. Da ist ein bisschen viele Gegner. Keiner von denen hat irgendwie Schaden gefressen. Der hat keinen Mana mehr. Der ist ein bisschen gefüttert. Dafür, dass so viele dumme Aktionen passiert sind, lief das doch noch ganz gut. Also 5 gegen 4 unter den Bedingungen. Ja. Ich mag das Sunfire haben. Ich wollte gerade sagen, töte du den, weshalb er ist wie... stirbt nachher noch. Der hat doch so ein hin und her beilt. Aber krass, wie die Blue Buffs rumgereicht werden dieses Spiel mal. Mhm. Oh nice, die kleinen vom Golem gelten. Nice, ich komme. Kannst du noch jumpen oder so? Ja, Blitzkrieg habe ich weggehuckt, als ich zu dir kommen wollte. Na gut. Achso, lord. Schön. Hat der ihn noch bekommen. Ich stehe ein bisschen im Tower. Ja, die CC'n noch ein bisschen. Bisschen viel. Wortcon kann mich nicht mehr vergessen. Also ein bisschen sehr viel CC. Ja. Viel Schaden machen die auch nicht. Die machen nur so über 10 Stunden lang irgendwann Schaden. Ja, vor allem der Xerov nicht. Guck dir mal Xerovs Items an, man. Aber wie der Jax das einfach überlebt, man. Oh. Ja. Alles Teil meines Bait Plans. Schneeke. Okay. Das war dann doch close. Also mehr oder weniger. Sollten wir nicht einen Baron machen? Guck mal wieviel bei denen tot sind. Und wieviel Damage wir haben. Ja. Gehen wir noch kurz über etwas. Dann ist es zu... Quatsch. Wir leben Xerov und Remus wieder. Gehen wir leiden nochmal. Ich möchte Warden gehen. Ich möchte Warden gehen. Okay. Wir machen Drake, dann könnten wir eigentlich Barron machen. Können eigentlich auch da fighten jetzt. Ja dann fighte. Guck mal ob die Eni gerade solo macht. Ja, die war aber in der Nähe. Der Turn! Der hat Incident erupted. Ich kam nicht an mir ran. Der mich hier wechert. Ja, dem Blitz. Ja, das lief nicht so Bombe. Nee. Wer hat's denn da zuerst catchen lassen eigentlich? Ah, fresh. Okay. Wird jetzt nicht weggehen? Ich muss. Ich brauche einen Sonya definitiv. Ich war fast oben und... Wads, wads, wads. Sind hier noch irgendwo wads? Was tut er, was tut er, was tut er? Er wurde gegrabt. Nein, der hat sich angezogen. Noll. Dann warten wir jetzt einfach bis die Barron machen. Ja klar, Resetil, weil ich dich gecharmed hab. Was ist denn mit dem kaputt, Alter? Die sind hier bei uns. Hau rein. Wann geht der da rein? Nice. Muss essen. Gut. Und der stellt sich auch noch wieder rein, ey. Und der haut sie zu dir. Damn Krebs, ey. Damn Krebs. Wohin, Geari schon wieder. Mhm. Du bist ja erst mal Trash vor den Suicide. Und dann wird der Jax da gecatcht und trotzdem drehen wir den Fight noch so um. Ja gut, aber auch nur, weil ich die Vaynerwished hab. Sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Ja stimmt schon. Ich sehe grad, ich hab ja zwei Tenacity Items, aber ich wollte unbedingt die Mameriss Schuhe auch noch haben. Als wenn ich Mameriss hab. Stimmt, der hat ja Mikael's. Das Item finde ich auch so underrated, ne? Man sieht es nie, aber überleg mal wie stark es eigentlich ist, ne? Ja. Mein Sunfire jetzt fertig. Philipp, stopp. Too late, apologize. Vane ist bottom. Ja, ich geh zu Vane. Oh. Ah, Alexeroth out of position, aber da kommen wir nicht. Vane ist noch. Na ne, kriegen wir nicht. Und da ist der Fight. Und ich krieg's ja noch. Da kann ich Augs Shack's Move und Speed geben. Da kann ich Jack's Move und Speed geben. Boone, von und zu Böse. Lass mich bloß nix fressen. Zwei Leute tot. Daniel töte zwei Leute. Smited or Edith? Wo ist mein Team denn? Muss ich eben rechnen, das macht 900, das macht 79, alles klar Dann muss ich raus, muss abbrechen Zwei von denen so low, guter SV könnt ihr jetzt so platt machen, ne? Ja SV, kein Ulti Hat er nicht, ne? Aber er hat keinen coolen Item hat auch Den Blue-Ass hätte da jetzt richtig getötet, den richtigen Blue-Ass Darin? Standen die auch gerade alle noch? Ja, super Ja, und du hast ihn daneben Ja, ich werde ihn im Invis getötet Ja, ich werde ihn im Invis getötet Ja, ich werde den Klumpen, lol Ich gebe auch nur Wilhelm Jax die ganze Zeit Attack Speed Unruh mit Speed Ja Ich finde ihn viel nützlicher als in seiner SPG momentan Auch wenn der Trinity Force hat, ne? Ja Aber wenn er nicht Deutsch hat Klatscht trotzdem mal im Kopf Oh, oh, doch nicht Gott Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bisschen an Emerus, ne? Ja Mies Ja Komisch So ne Control eigentlich, ne? Über Baron und Drake, aber Dann machen die Sonnenkack Ja, hätte der Jaxx da gerade nicht Ja Die Fehleinschätzung gehabt da mit dem Drake Äh mit dem Drake sag ich schon, mit dem Xerath Hätten wir den Baron auch bekommen Ja Und dann wäre das Ding auch gelaufen gewesen Ich hol mir jetzt aber noch nen Up, die alte Me Vielleicht hol ich mir auch nen Sonyas oder so Ja Banshees wär vielleicht auch mal ne coole Idee, ne? Nein, die haben so viel Kleine Dinger, ne? Oh, Mann Ach Trashy Bashy Wollen wir da rein? Ja oder nein? Nein, einfach nicht Hast du, er ist ja auch mal wieder nicht da Samson fertig Opfer mich Oder auch nicht Oder auch doch Genau, ignite mich auch noch Bin ja nicht ultra tanky Guck dir Jaxx an Ach Jaxx Eink So Seゅ Nicht mal lauter'a raus und kriegt Ne Aber stimmt schon, wenn der Trashney jedes Mal grabben lassen würde Ja Jetzt 3 oder 4 mein Thunder Ich glaube das war's Das war's ganz sicher Ja Schade Trash und Ezreal haben uns dann noch ein bisschen verhauen leider Ok, bis morgen heute Na ja, bis dann